Liebe Kollegen aus dem Fachbereich Schneider-Volummen! Ich glaube, ich brauche nicht zu betonen, wie wichtig Ihre Ansprache vor dem Kongress sein wird. Das ist Mrs. Leslie und das ist meine Frau, Mrs. ... Ihr habt immer rumgealbert, rein und raus aus dem Waschdorf. Wir haben einen Kind. Ihr müsst nie so schreien! Wer? Mein Vater! Mrs. Leslie ist Ehemannes Tod. Tod! Als er wurde eingeliefert mit Geldschneiden und operiert hat, gesagt ... Und woher sollen Sie das wissen? Nun. Nein, kein Kinder, kein Familie, kein Jugend, gar nichts. Das Leben als Verstörer und ich konnte Friedrichshund halten. Den Sofa, mein Vater! Mutter, welcher Station ist denn? Was glaubt ihr denn, wie ich an meinen Titel gekommen bin? Und das frage ich mich auch als Verlitterin. Meine Freundin von da, der uns alle ... Der Rest ist da! Das war's. Vierge Zert Das war's. Folgendes vergesagt. Untertitelung des ZDF, 2020